In Polen haben sich die Straßen von Kotzko, einer Kleinstadt an der Grenze zu Tschechien, in Flüsse verwandelt. Etwa 1600 Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Ein Mensch ist ertrunken, teilte Ministerpräsident Donald Tusk mit. Es sei an vielen Stellen dramatisch, warnt er. Manche Einwohner unterschätzen die Gefahr und weigern sich, die Häuser zu verlassen. Das Wasser ist schon bis zum Haus gekommen. Ich habe so etwas noch nie erlebt. Auch in der Slowakei wird die Hochwasserlage schwieriger. Es soll weiter regnen. Viele Straßen sind wegen umgestürzter Bäume nicht nutzbar. Die Pegel steigen weiter. Jetzt rufen wir die Menschen auf, zu Hause zu bleiben und nur, wenn es nötig ist, rauszugehen. Und sie sollen ihr Fluchtgepäck vorbereiten. In Tschechien spitzt sich die Lage zu. Meteorologen warnen, dass Wasser in den meisten Flüssen steigen noch. Nach Angaben der Feuerwehr wurden bereits 10.000 Menschen in Sicherheit gebracht. Bei manchen war die Rettung dramatisch, wie hier in Jesenik. In Rumänien ist die Situation besonders belastend. Fünf Menschen sind aufgrund des Hochwassers gestorben. Die Familie Sokrotan von Pechea im Südosten des Landes ist verzweifelt. Ihr Hab und Gut ist zerstört. So hoch stand das Wasser, zeigt die Tochter. Das ganze Futter ist nass. Die Schweine habe ich noch rauslassen können. Doch die Hühner haben sie nicht retten können. Auch die Apotheke des Ortes vom Wasser verwüstet. In St. Pölten in Niederösterreich stieg der Pegel der Treisen um mehrere Meter. Rettungskräfte pumpten Wasser aus diesem Pflegeheim und stellten die Stromversorgung sicher. Ganz Niederösterreich wurde zum Katastrophengebiet erklärt. Ich war das Wort totally zum Katastrophengebiet. Wir müssen sie wahrscheinlich wie auchgelempfen mitrichten. Und du sch穿st, dann hast du schacious von Alboer. Vielen Dank.